Da seid ihr nun, Vorfahren. Die längste Zeit schon hab ich auf euch gewartet. Guten Tag, Großmutter. Staramati. Dobberdan. Aber da du schon mal da bist, her mit dir, Letzter. Ins Bild mit uns. An der Sonnenseite lebhaft rot gewerbt. Es ist das Jahr 1942. Meine Brüder sind im Krieg für Großdeutschland. Alle drei. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Wie hast du bloß so vergessen können, wer du bist? Sind wir nicht doch einmal aktiv geworden? Aktiv wie kein Volk, sonst weit und breit, dritten in Europa. Das wird mein Tarnkleid sein. Unsichtbar werde ich damit sein. Im Winter. In den Wäldern. Im Schnee. Das heißt also... Ja, das heißt es. Ich gehe zu den grünen Kadern. Ich gehe in den Krieg. Immer noch Sturm. Von 14. Januar bis 4. Februar im Stadttheater Bozen. Jedenfalls wird dieses Land endlich einmal auch unser Land sein. Infos unter theater-bozen.it. Die Vereinigten Bühnen Bozen. Das Theater für ganz Südtirol.